Siebter Lauf, Miriam Bossart sehen wir hier von der LC Schaffhausen, Mahara Rösli, LV Winterthur auf der Bahn 3, Larissa Wick ist das von der LAR Bischofszell auf Bahn 4, dann Lola Jordi vom TV Olten auf der 5. Bahn und Riccardo Rücce vom LC Rappersvillona, sie startet auf der Bahn 6. Die einzige, die schon unter der 13 Sekunden Marke geblieben ist, das ist Riccardo Rücce auf der Bahn 6. Bahn 5, Jordi und Bahn 6, Rücce, das sind beides noch U20 Athletinnen mit Jahrgang 2003 und 2001. Vielleicht schafft es auch Miriam Bossart das erste Mal in ihrer Karriere unter die 13 Sekunden Marke zu laufen. 13.00 ist ihre persönliche Bestleistung. Auch dieser Start klappt auf Anhieb. Und es ist Jordi und Rücce, die das Rennen anführen, aber auf den letzten Metern ist es Mahara Rösli, die gewinnt 12.93. Somit läuft sie das erste Mal unter die 13 Sekunden Marke. Und sie freut sich natürlich. 12.93. Zuvor war ihre persönliche Bestzeit 13.16. Ein Riesensprung auch für sie. 12.91. Die Zeit wurde noch nach unten korrigiert. Dann 13.13 für Lola Jordi. Ebenfalls persönliche Bestzeit für sie. Riccardo Rücce dann mit 13.31. Hier ist es heute nicht so gut gelaufen. Und dann ist es Larissa Wick mit 13.48. Und dann ist es heute nicht so gut gelaufen. Vielen Dank.